24.09.38, das ist das Geburtstag von meiner Oma und mein Alter. Blöd gelaufen, wäre Glückstag gewesen. Papa, mein Luftballon! Oh nein. Das war doch für Mama. Ach komm, ist nicht so schlimm. Hey, hey, Mann! Ich mach rückwärts, einen Moment, einen Moment. Hey, sind Sie irre, oder was? Oh mein Gott, ist nicht irgendwas passiert. Scheiße, ich wollte einfach nur rückwärts fahren. Oh Gott, das war mal ein Fahrrad. Das bezahle ich wirklich. Ich habe eine Versicherung dafür. Oder sagt man dagegen? Oh Gott, ich bin operiert worden am Donnerstag. Und nicht am Gehirn, wie Sie vielleicht denken, sondern am Blinder. Ich einfach nicht fahren soll. Das ist alles nur passiert, weil ich mich selber entlassen habe. Aber das Essen war so mies und die haben behauptet, das wäre Fisch. Jetzt beruhigen Sie sich mal, okay? Mir ist nichts passiert, alles in Ordnung. Aber Sie, Sie sind ein bisschen blass, oder? Ja. Hallo. Hallo. Ich bin Felix. Kathi. Hallo, Kathi. Darf ich mal? Oh, das ist ganz schön schnell. Vielleicht sollte ich sie besser nach Hause fahren. Weil Ihr Fahrrad mein Auto umgegriffen hat? Ja, genau. 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 Bäh. Bäh.